Hallo, ich bin's, Claudius Fabich von Blue Hawaii. Dr. Kenneth Wright vom Labor für Chronobiologie in Boston, an der Boston University, hat herausgefunden, dass Sonne unsere innere Uhr regelt und wir besser aus dem Bett kommen, je mehr Sonne wir bekommen. Also, wenn Sie morgens nicht so richtig rauskommen, dann gehen Sie doch mal wieder in die Sonne. Und wenn Sie das hauttypengerecht und maßvoll machen, Ihre Augen in der Sonne schützen und den Sonnenbrand vermeiden, ja, dann ist Sonne nur gesund. Mehr auch dazu und natürlich zu unseren Elixieren von Blue Hawaii auf bluehawaii.de. Hang loose, Ihr Claudius Fabich.